WTF geht mit dem Spiel los, immer? Ready is vote. Ach ja, Leute. Warte mal. Nee, stopp. Ach, das ist besser. Nachdem wir das letzte Mal in den Backrooms gelandet sind, hab ich mir nun mein Setup einfach in den Backrooms eingerichtet und spiele jetzt wieder Security Breach. Übrigens, sorry, dass jetzt eine etwas größere Pause zwischen den Security Breach Videos war, aber ich hab einfach eine Menge Spiele, die ich jetzt nachholen muss, deswegen verzeiht mir. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja, Leute, willkommen damit zurück in Security Breach. Ich hab mal wieder gar keinen Bock schon. Und wir haben, ja, ziemlich gestruggelt, hier unten auf die Bühne zu kommen. Ich hab mir mal ein bisschen angeguckt, wie das so bei anderen Leuten abgeht. Und, äh, ja, scheinbar soll man einfach hier hinten rumgehen. Und nicht auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite wird man immer von Roxy gesehen und auf dieser Seite scheinbar einfach gar nicht. Perfekt. Schön, dass mir das auf jeden Fall gesagt wird. Finde ich super nice. Ähm, ja, wir müssen auf die Hauptbühne kommen. Und, äh, vor diesen komischen Steff-Bots hier wegkommen, Alter. Und jetzt ist ja hier auch noch Monty unterwegs. Ich frag mich, warum die hier auch alle Elematronics hinklaziert haben. Äh, aber der sieht mich gar nicht. Der ist voll dämlich. Guck, der sieht mich nicht. Oh, oh, oh. Los, drück das, drück das, drück das. Oh, Hilder. Hab ich schon, Freddy. Hab ich schon. Oh, der Eklige wieder. Der Widerliche. So ein Ekliger. Ja, okay, ich folge dir, Freddy. Ich folge dir, Freddy. Freddy, wir brauchen Freddy gar nicht zu folgen. Weil Freddy einfach nicht losgeht. Perfekt, Digga. Los, wir rein in die Recharge Station. Gut. Nein, nicht Freddy. Freddy ist tot. Das ist unsere Mission. In Parts in Service rein. Ja, wir sind doch hier direkt bei Parts in Service, oder nicht? Das ist hier. Das ist doch Parts in Service hier, oder nicht? Wie kommen wir da rein? Oh, die Endoskelette, Alter. Die ekligen, auf die hab ich schon gar keinen Bock, Alter. Ah. Ja, wir brauchen Level 4. Und Security Pass. Ja, Junge. Es ist ja super geil. Ich gucke dir auf die Schnauze. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, danke. So ein ekelhafter, ne? Ich hasse den. Ich hasse den richtig. Das scheiß Teil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich recharge mein Flashlight. Oh mein Gott. Nee, ne? Das ist die Endosektion, Leute. Oh, ich will da nicht rein. Ich will nicht. Ich geh hier in die Ecke. Ich geh zurück, Leute. Geh da nicht rein. Ich will das nicht machen. Ich hasse die Endoskelette, Mann. Freddy, there's something here. Oh, ja. Da ist schon das Erste. Oh, geh weg. Geh weg. Oh, ja, ist die Dinger. Wehe, der fasst mich an. Wehe, der Ekel-Otto fasst mich an. Dann krieg ich ne Psychose. Fass mich ja nicht an. Finger weg. Ich geh in die Wend. Oh, jetzt kommt der Ekel hier auch noch. Könnt ihr mich nicht alle mal in Ruhe lassen? Warte mal. Was wollt ihr denn eigentlich alle von mir? Dann ist doch hier jetzt der Moment der Weih. Oh, ja. Aha. Oh, ja. Ja, gut. Ich werde hier einfach so schnell wie möglich durchkommen, damit ich diese Scheiße hinter mir habe. Feines Endoskelette. Ja, fein. Ja, fein. Ich kann da nicht vorbeigehen. Er fasst mich noch an. Er fasst mich nicht an, oder? Er fasst mich nicht an. Ah, drück den Knopf. So eklig, diese Sektion. Man, oh, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich heil das alles nicht mehr aus, Leute. Lasst mich doch alle in Ruhe. Warum müssen hier auch so viele sein? Ich verstehe das gar nicht. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Drück. Was ist denn das hier? Was? Nein, mehr Plush. Ja, schön. Das brauche ich jetzt. Das habe ich jetzt gebraucht. Ach, damn. Oh, es drück den Knopf. Drück, drück. Jetzt sind wir noch mehr. Noch mehr. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Entspannt. Entspannt. Ein paar Weinies seid ihr. Ein paar Weinies. Oh, das sind viel zu viele. Fass mich nicht an. Kann ich mehr. Ich bin am Anfang. Ich bin am Anfang. Junge. Alter. Kriegt ihr so eine Psychose, ne? Ich hasse diese Sektion. Feines Zendoskelett. Fein. Geht weg. Geht weg. Okay. Es ist unter Kontrolle. Es ist unter Kontrolle. Warum sind hier noch mehr? Wie können hier überhaupt noch mehr hier sein? Das geht gar nicht. Ah, ja, ja. Ah, hallelujah. Ich war noch nie so weit, glaube ich. Oh, hier ist es. Sind wir hier drin? Erstmal safe. Oh, no. Alles cool. Alles cool, Leute. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool, Leute. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Einfach alles. Alles klar. Alles klar, Digger. Ach, ich bin hier bei uns. Oh, Gott. Okay, das geht in den Effekt. Junge, wenn ich jetzt an dem sterbe, dann raste ich aus. Lass mich hier ruhe, lass mich hier ruhe, lass mich hier ruhe, lass mich hier ruhe. Du bist deaktiviert. Wow. Stark. Gut. Alter, alter. So, jetzt lass mich bitte in Parts and Service einfach rein. Ich will einfach nur noch rein. Junge, Vanessa ist auch so eine richtige, so eine richtige Kinderhasser. Safe, safe, safe. Gut, jetzt lass mich rein, Mann. Lass mich jetzt rein. Freddy. Ja, ich bin auch froh, dich zu sehen. Ja, ich bin auch froh, dass ich lebe. Ich hab, ich hab auch, ich weiß auch nicht, wie ich lebe. Bin ich ehrlich. Call Upgrade? Yes, sir. Yes, sir. Lass mich rein, bro. Hi, Freddy. Ja, ich muss Maschinen leeren, bitte. Okay. Nice, Freddy. So, warte. Gut, ja, lass mich raus, bitte. Ich will nicht mehr mit Freddy in einem Raum sein. Vor allem nicht, wenn er nicht quite himself ist. Was? Mhm. Bright lights, you say. Where do I get one? Ach so, ja, deswegen ist Vanessa gerade in Chica's reingegangen. Oder in Freddy's oder was das war. Na gut, na dann, wenn die out of order sind. Ich hoffe, Vanessa ist schön im Fahrstuhl jetzt abgestürzt. Ich save hier mal noch eben. Und dann... Roxy. Freddy, du kommst mit, ne? Ich geh nicht alleine zu Roxy. Ne? Lass mich mal rein. Auf. Nein! Mann, Freddy, du machst dich zu breit. Jetzt geh mal aus dem Weg, Mann. Weißt du was, Freddy? Scheiß auf, Roxanne. Junge, ich geb dir einen Dropkick. Und dann... Ja, ich kann doch hier jetzt auch nicht alleine rausgehen, hör mal. So, dann mit Freddy. Wo ist Roxy hin? Was? Hä? Roxy? Hallo? Ist die jetzt rausgegangen einfach, oder was? Anstatt Vanny hier reinzupacken, ja, den Main-Integonist, packen die lieber die normale menschliche Version Vanessa hier rein. Super. Einfach, einfach klasse. Einfach der Hammer. Hat die mich Monster genannt, hör mal. Aber die Roboter hier nennst du nicht Monster, oder was? Das ist normal. Das wäre gut. Oh, hi, Vanessa. Das ist ja nicht ganz sauber, Alter. Ich meine, dass die Roboter hier so eine weirde KI haben und mich nie immer direkt sehen, ja. Kann ich ja noch verstehen, aber die ist ja literally ein Mensch. Halt. Sollte mich doch ein bisschen besser im Auge haben. Nee, ich bin nicht hungrig. Danke. Danke für das Angebot, aber nein. Danke. Danke, aber nein. Ich komm nicht raus. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin in Monty's Raum gelandet. Äh, sollte ich nicht sein, glaube ich. Huch. Ich wollte doch in Chicas Raum, oder nicht? Äh, ich wollte doch in Chicas Raum. Kann ich von hier hinten auch irgendwie in den Bent rein? Junge, was leuchtet die denn dort hinten in der Ecke rum? Als ob ich da bin. Oh Gott. Uuuuuh. Die ist gerade reingekommen. Ja, gut. Äh, alles unter Kontrolle. Ich kann froh sein, dass ich da rumgeklickt habe und auf einmal aus Versehen auf die Ladestation gekommen bin. Eilig. So, dann hier gehen wir diesmal in den richtigen Raum rein. Zum Teufel. Wo ist denn der Scheiß? Digga, wo hast du den versteckt? Wo hast du den Kack versteckt, Chica? Was soll das? Waff, taff. Junge, kann die mal aufhören immer zu fressen? Guck dich das Zimmer an. Alles voll mit Fressen, ey. Das ist doch nicht normal. Und die Mitarbeiter hier machen auch einfach nix dagegen, ne? Das juckt die nicht. Das juckt die einfach nicht. So, dann nehme ich mir jetzt hier mal diesen scheiß Pass. Oh, Kreis Moon, ne? Das ist so... Junge, sitzt der auf dem Boden, der Ulrich. Okay, gut. Ja, ja, ja. Safe. Okay. Nice, 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 nice. Okay, okay. Oh, very special. Just like me. Warum kann der eigentlich irgendwelche Locations auf meiner Map markieren? Auf meiner Map. Junge, lass meine Map in... Wo kommst du her, Freddy? Du warst doch gerade in dem Green Room, du... Dann kack mal auf Freddy. Junge, wo kommt der denn hergelaufen? Freddy? Der ist doch nicht mehr ganz sauber, der Typ. Gut, dann gehen wir jetzt zurück ins Aidefium. The WTF ist mit dem Spiel los, immer. Schill mal, okay? Beruhig dich. Krieg dich einfach mal ein. Komm runter, hack an dir ein Wurstbrot und dann ist alles gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Vielen Dank.